Jetzt hallo miteinander. Gestern ruft mich meine bessere Hälfte an und sagt zu mir, Axel, wenn du heute pünktlich heimkommst, noch zugehe, extra etwas Durchsichtiges für dich an. Und dann gleich zurücksehe, ja Schatz, das mache ich. Ich bin ins Auto gesprungen, bin gleich heimgefahren, mache die Haustier auf, da steht sie vor mir, mit zwei riesengroßen, runden Brillengläser in ihrer neuen Brille.